Ich gehe mal davon aus, du möchtest reich werden und zwar reich auf deinem Bankkonto. Sehr reich, stinkreich vielleicht sogar, ultra reich. Und die meisten Menschen wissen nicht, worauf es ankommt, wenn es darum geht, viel Geld zu verdienen. Weil es bedarf einer Eigenschaft und vor allem auch einem bestimmten Bewusstsein, um zu diesem Reichtum zu kommen, um zu diesem Reichtum zu gelangen. Damit dieser Reichtum in dein Leben kommt, auf dein Konto, wo auch immer. Unter den Bettkasten, vielleicht unter das Kopfkissen. Das ist ein Wort, Verantwortung. Verantwortung ist das, was die meisten Menschen ablehnen da draußen. Menschen sind es gewohnt, mit dem Finger zu zeigen auf andere. Menschen sind es gewohnt, Verantwortung abzulehnen. Sich nicht verantworten zu wollen, etwas nicht tun zu wollen. Immer zu schauen, dass jemand anderer etwas macht. Sich zu verstecken und nicht für sich einzustehen. Auch nicht bereit zu sein, bestimmte Dinge als erstes voranzutreiben. Etwas in die Hand zu nehmen. Auch für Fehlschläge einzustehen. Überhaupt mal Fehlschläge überhaupt zuzugestehen. Beziehungsweise offen zu sein, dass etwas auch fehlschlagen darf. Nicht funktionieren darf. Und genau das ist das Problem, warum diese Menschen nicht reich sind. Und Reichtum darf jeder definieren für sich, wie er möchte. Der eine ist reich mit 10.000 Euro auf dem Konto, der andere mit 100.000, der andere mit 100 Millionen. Das ist völlig egal, ich überlasse es dir, was für dich Reichtum bedeutet. Aber du wirst immer in dem Ausmaße bezahlt, in dem du bereit bist, erstens Verantwortung zu übernehmen und zweitens die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme zu lösen. Und das für andere Menschen, für andere Unternehmen, für die Welt, für die Tiere, für wen auch immer. Wo jemand anderer bereit ist, dir den Gegenwert in Form von Geld, in Form von viel Geld, hinten raus zu bezahlen. Und die meisten Mentees bei uns, die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich rede, vor allem junge Menschen da draußen. Und ich würde mich selber auch noch dazu zählen, aber ich spreche jetzt von Menschen, die gegebenenfalls jünger sind als ich. Kommen zu mir und fragen, wie werde ich das, wie werde ich X, wie werde ich Y? Und dann sage ich, bist du bereit, das zu tun? 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 Oder kommen zu mir und fragen mich nach einem Praktikum, fragen, ob sie bei mir arbeiten dürfen. Und ich sage, okay, deine Aufgabe wird sein, das, 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 das. Und sie fangen an, mit mir zu diskutieren. Sie fangen an, das wollen sie nicht, das wollen sie nicht, sie wollen gleich Sachen überspringen. Und ich sage denen, so wird das nichts. Weil wenn du nicht bereit bist, erstens die kleinen Dinge zu tun, dann wirst du auch niemals die nötige Aufmerksamkeit, das nötige Bewusstsein, die nötige Raffinesse, das nötige Durchhaltevermögen dazu haben, die großen Dinge nachher zu tun. Du wirst nicht bereit sein dazu. Und gleichzeitig musst du auch erstmal Verantwortung im Kleinen lernen, damit du Verantwortung im Großen übernehmen kannst. Und vor allem erstmal lernen, für dich selbst verantwortlich zu sein, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen. Es fängt an mit, machst du deine Wäsche selbst, kochst du für dich selbst, Autofahren, trainieren, mit dem Hund rausgehen, mit sich selbst rausgehen, mit sich selbst, also selbst zu trainieren, etc. Mal für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, seine Dinge selbst zu erledigen. Denn wenn du nicht bereit bist, deine Sachen selbst zu erledigen, für dich selbst Entscheidungen zu treffen, für dich selbst einzustehen, einfach Verantwortung für dich selbst zu 100% zu übernehmen, aufzuhören, dich zu beschweren, dich darüber aufzuringen, dass etwas nicht funktioniert, weil jemand anderer dir im Weg steht oder sonst was gemacht hat, dann hast du es auch einfach nicht verdient, viel Geld zu verdienen. Vielleicht merkst du das Wortspiel. Geld verdienen. Nein, man muss es sich verdienen, das Ganze zu tun. Und das ist der Knackpunkt. Und das unterscheidet die armen Menschen von den reichen Menschen. Und wenn du zu den reichen Menschen gehören möchtest, dann fang an, Verantwortung zu übernehmen. Und der nächstbeste Schritt dazu ist, mach dich mal selbstständig. Starte mal eine eigene Selbstständigkeit nebenbei. Schau mal, wie es ist, wenn du keinen Chef hast, der dir ständig sagt, was du zu tun hast, der Verantwortung für dich übernimmt. Schau mal, wie es ist, wenn du Verantwortung für dich selbst übernehmen musst, wenn du dir selbst deine Aufgaben gibst, wenn du dich selbst kontrollierst, wenn du dich selbst überprüfst. Und dabei kannst du vieles falsch machen, aber auch vieles richtig. Und die erste Sache, die du richtig machen kannst, ist, unten auf den Link zu klicken, um dir kostenlos unser Online-Training anzuschauen, indem wir dir die drei exakten Schritte zeigen, wie wir Menschen dabei helfen, sich ihr eigenes Business aufzubauen, indem sie Firmen beim Thema Social Media helfen und diese Firmen ihnen 1.500 bis 4.000 Euro bezahlen, weil sie Verantwortung übernehmen und weil sie große Probleme für diese Firmen und Unternehmen lösen. Wenn du wissen willst, wie das geht, erfährst du kostenlos, klick auf den Link, trag dich ein. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kommentar, teile es, schick mir eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Nick, bis dann. Ciao.